Hallo Leute Leute, Rocket League wieder am Start und zwar mit Nils und mir im 2.2 Ranked. Hallo. Müsst du heute besser laufen, hoffentlich. Auf jeden Fall. Wir haben uns gerade schon schön eingearbeitet. Und da lief es gar nicht schlecht. Ich habe eine Glanzparade bekommen, wow. Ja, also im Sinne von nicht schlecht, ich habe ein Tor geschossen, Johnny gefühlt 10. Och, schade. Wollte er passen geben. Warte, geh nochmal. Aha, ich habe es verschissen. Ja. Dann wollte ich eigentlich nochmal drauf gehen, aber der Affe dachte ich so. Äh. Und nicht. Nein. Ah, kein Druck hinter gehabt, so eine Scheiße. Ja, doch schon rüber, doch schon rüber. Jawoll, da ist das erste Tor. Ja, ich habe ihn aber beschissen geschossen. Kann man aber auch so sehen, er hat beschissen verteidigt. Aha. Oh, scheiße. Da habe ich meine Rolle zu spät gemacht, sorry. Kein Stress, ging ja voll Leute drüber, aber ich war auf jeden Fall erstmal ordentlich geflasht und er wollte mich schon wieder sprengen, der kleine, ist da. Oh, sorry. Jawoll, alles gut, alles gut, das war geplant. Warte, stehe ich nicht auf dem Schirm. Kriegst du den? Ja, Moment. Oh Gott. Das war richtig schlecht. Ich gehe mal so wieder nach hinten, ne? Oh. Krass. Ja, mein Fehler. Alles klar. Ja, guck dir das an. Schöne Vorlage. Ja. Und ich habe es gesehen, das ist scheiße, aber man wollte da nochmal volle Lasse drauf. Oh. Ah. Ist nicht. Nicht. Auf meinem Tor. Erstmal weg. Oh, sorry. Oh, sorry. Ach, kein Stress, wenn ich was sagen soll. Wieso mache ich mal piep. Oh, leu. Sorry. Bin ich rechtzeitig weg? Ja. Bin links von dir, ne? Okay. Ne, um den einen bin ich rumgekommen, aber der anderen ist gecheckt. Alles klar, er droht sich selbst aus. Ah, die dürfen allerdings wieder so langsam keinen Boost mehr haben. Warum habe ich jetzt den Boost nicht gekickt? Soll ich angehalten? Ich geh. Oh. Ja, okay. Bleib. Bin hinten. Jetzt geh ich. Okay. Sehr gut. Schön gestört. Ach, kacke. Ach, schade. Das wäre schön gewesen. Hörst du an? Oh mein Gott. Schräge ab rein. Und. Bringt uns das was? Nein, nicht genug Druck hinterm. Verdammt. Oh, lol. Ich bin doch falsch gelandet nach dem Klippen. Das geht mir in die letzte Zeit voll wieder. Oh, sorry. Ich dachte, du bist dann vorbeigefahren, deswegen hatte ich ihn erstmal in Ruhe gelassen. Warum kriegt er den so geblockt, bitte? Ich dachte. Oh mein Gott. Wunderschöner Pass, Alter. Der hätte sitzen müssen. Wird mal hier ordentlich Alarm gemacht. Bitte. Gib den jetzt keine Ruhe. Nein, 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 nein. Mensch, die ganze Zeit läuft's doch. Oh mein Gott. Ich verkack den gegen Forster. mal das lächerlich dafür scheiße ich bin die verdammten Pfosten ja kann passieren damit hätte man aber auch nicht recht geben können dass der direkt zu einer Vorlage an Pfosten wird ich dachte der geht in den inneren Pfosten und prallt ins also an der Torlinie zurück und nicht halt mitten ins Feld bei Psyonix muss man eigentlich immer auf alles gefasst sein aber ich will jetzt mal die schlechte Riener hat so manchmal seine LOL wieder reingegangen wer haha ok erstmal teammate ausplanen hast du denn? ja schön obwohl sie tot ist, oh Gott NEIN was war das denn? er flippt er flippt einfach ich hab doch nur zweimal normal springen gesehen upsere 1 zu 3 das sieht nach einer Niederlage aus wo? 2 zu 3 3 mal 1 zu 3 3 2 zu 3 3 3 4 3 4 4 dann noch in die nächste runde würde ich auch sagen das hier auch direkt kommt nicht wieder auf sich warten ist das ist kein problem jetzt fängt der spaß mit dir an wir haben es ja mal gefahren wenn wir jetzt noch spiele kommen dann sehr gut das läuft das läuft auch Das auch Das auch! Geht doch! Meine Fresse! Und der letzte Geht doch! Wunderschön Wieder nur einen nicht geschafft 88% Das war mir besser Joooo Ich muss nachher mal einen Router checken Ich bin dran Ich mach direkt hin Da Cody und Midas Da Cody Und die Midas Pizza Nein Lernen wenn ich's mal möchte Was zum Fick mach ich da? Nein 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 Boah ein Glück was du da Ja ich wollte mich da noch anhängen Der ist aber noch nicht safe Ich hatte halt nicht geahnt dass du den hast Ah easy Immer doch Kennst mich doch Rettung in letzter Sekunde Boah leil was Ich dachte ich er spielt da ja noch schön die Wand Nein! Jetzt passt er nicht Lass ihn ihn treffen, lass ihn ihn treffen Ja ich bin an der Mittellinie Nein! Nein! Hahaha! Buffet! Na komm spiel das Ding Das war volle Kanne Nicht so volle Kanne Mensch Das war ein Muschischuss Weil Fack sorry Alles gut Pfff Warte Da hinten wegen Nitro Da hinten wegen Nitro Alles klar Mal gucken wie das Ding kommt Boah was Wunderschön drinnen Mhm Ich weiß nicht ich hätte vielleicht sogar den Nachschuss gehabt Ja Kommt drauf an wie der auf den Posten auch getroffen wäre Und als auch finde ich den echt geil den Dominus Dominus Wenn er jetzt ganz viel Fantasie hat könnte man sagen Das ist der Wagen zur Veransage Dominating Dominus Ja Könnte man Absolut Lächelisch Oh komm schon ich hab ihn noch geblockt Ich weiß gar nicht ob der atmen würde Junge wenn der immer auf Gas und Bremse tritt beim X-Devil Hörts wieder an Oh sorry Ne ich hätte ihn sowieso zu spät erreicht Bekriegt Bekriegt Dong Dong Ja den musst du jetzt haben Oder Ja ich hatte ihn auch Allerdings Achtung 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 der geht Schön Boah was Nichts leichter als das Nichts leichter als das Ah wie so ein Dampf lockern Danke für das mit Oh und danke für Oh was Wie hat er den denn jetzt bitte gemacht Fuck Schön dass ich dich Guck mal auf die Idee Komm nicht mal auf die Idee Nachschuss zu machen Freundchen Okay Oh Wow Oh krass Na Ich bin gerade irgendwie voll im Stürmungsmodus Hast du den? Ja ne Immer mit viel Wumms Viel Wumms ist gut Ich bin gerade irgendwie voll im Stürmungsmodus Ja Dann wird fast so Na komm Ich spiel den nochmal hoch Oh mein Ich glaube wir haben beide verfehlt Oh Ich hab keinen Boost mehr Äh Hey doch Jetzt bin ich zu blöd um den scheiß Boost zu holen Lol das ist dein Ernst WTF Warum du nicht gefahren Mal so als Frage Warum du nicht gefahren Du standst genau davor Ich? Du warst direkt an der Seite Du hättest mitfahren können Und dann hättest du ihn kriegen können Aber ich genauso Aber ich hab ehrlich gesagt Nicht damit gerechnet Dass er den nicht kriegt am Tor Das war das Viel größere Problem Ja Da haben wir gerade Beide vor Geschnappt Zulis Was mir heute schon mal passiert ist Huss Ich wollte damit noch gar nicht die Schuld abschieben Ich wollte nur Sicher gehen Dass du gerade nur da bist Na klar Weil du standest da hinten so Als ob du jetzt irgendwie Als es gerade geklingelt hat Ne ne Das wäre schon lustig geworden Vor allem in der Facecam Erstmal und Johnny weg Oh Das ist so ärgerlich Schön dabei Oh der wäre sogar gegangen Komm schon Hoch damit Hoch damit Der geht auch nochmal Nein Nein Ach verdammt Hätte er mich vor dem Tor nicht geblockt Dann wäre er drinnen gewesen Glaube ich auch Oh Nicht dein Ernst ey Wie viel Glück kann man denn haben Wer fährt denn ohne Boost bitte Zum gegnerischen Tor und wartet darauf Dass es ein Kullerball ankommt Ey Pisch ey Das kann es doch nicht sein Mh Oh Oh Kratzen Noch ne runde Ich will gewinnen Ich will gewinnen Ich auch Ike 1 Uuuah Ich nähere mich dem Luz meines Elite-Rangs Jetzt schon, jetzt kriegen wir gleich nochmal Auftrieb. Auf jeden Fall. Kommt nämlich auch wieder zu Gold 3. Fast. Und los geht's. Oh oh, PS4. Ich glaube, ob die überhaupt spielen. Hair Design und Sandy 95. Keine Mates, offensichtlich. Nee, keine Mates. Okay. Das krieg ich im Wigel packt. Der eine hat sogar 116 abhängen. Das kann ihm aber auch ein Vater verschaffen. Also ab zu hoch. Mama. Nein. Das gibt's nicht. Wir gehen rein, oder? Was ist so ein... Oh, kommt schon so ein geiler Shit und dann sowas. Ach, schade. Egal. Ein Tor lassen wir denen, damit sie auch einen Glücksmoment haben. Und da gehen sie auf der Fresse. Ich nehme nicht beim Wort. Nein. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wer sind wir denn? Das ist doch nochmal so schnell... Ah, Leute. Aber er ist auch zum Teil outplayed. Hm, ich komme trotzdem an den Ball, Mann. Ich gehe. Ja, okay. Das war klar. Trotzdem versucht. Er kommt vor dem Tor runter. Oh, das war... Oh, das war... Awesome, wa? Richtig von mir selbst überzeugt, ey. Okay, der Ball kommt. Freundchen. Gehen wir nochmal an den Weg vom Ball. Oh, Leute. Ach, nicht schon wieder. Loll! Kann man das denn so verkacken? Kriegst du den nochmal? Jawohl, Linski. Bei denen läuft jetzt aber richtig, wa? Vorsicht, der kriegt den rein. Oh, mein Gott. Der muss da weg. Ha! Ha! Puh! Boah, eine der Verteidigungen haben wir hier. Klar, ich habe den ja auch nicht an der Seite gespielt, ne? Oh, das war dumm. Sehr schön. Boah, was? Mein Quetschrehen. Gehst du? Hab, ich bin schrocken, Alter. Nice. Ja, 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 nein. Haha. Hier das Quiz. Was ist das Gegenteil von ja? Ja, ja, ja. Falsch. Es ist... Ein Raster, Daniels. Es ist, es ist... Bitte, bitte, komm. Nein. Ich hätte mich nicht mehr in den Draht bekommen. Ja. Nice. Boah. Ey, Schwester, ich fahre wieder... Oder was heißt wieder? Ich fange mit 1 gegen 1 an. So langsam sollte ich doch wohl... Einigermaßen die Freikontrolle haben, um wenigstens im... Prospekt- oder Gold-1-Bereich klar zu kommen. Ja, also ich bin ja Gold... ...1 oder 2 oder so. Jawoll. Wenn ich da klarkomme, kommst du da definitiv auch klar. Was bist du? Gold 1 oder Gold 2 oder so. Ich glaube aber Gold 1. Herausforderer 1 war es, glaube ich. Da muss ich aber gucken. Was? Ey, wie viel Glück muss man haben? Was? Geschissene Spiel, ey. Na, mit dem kann ich erstmal nichts anfangen. Oh, sehr schön. Ich fahre hier aber auch gerade... ...dust zusammen. So, komm bitte. Ach, komm schon. Ich weiß, was ich zu tun habe, aber immer erst zu spät, ne? Welche Dominos spielst du eigentlich gerade? GT oder...? Normalerweise. Ich habe keine roten Autos mehr. Hast du getauscht gegen Biomasse gehabt? Ne, eigentlich nur gegen Kies versucht. Kies habe ich sofort eingetauscht, eigentlich. Ja, so. Da habe ich noch nicht an diese große Aktion gedacht, mit so vielen Kisten und so. Ah, okay. Beziehungsweise habe ich in dem Moment nie daran gedacht, äh, die Möglichkeit zu haben, ein großes Pack-Opening zu machen. Kies! Nice! Oh, ja, ein schöner Double-Touch. Oh, ja, ich habe den aber auch noch kurz hochgetackt. Habt ihr eigentlich gesehen? Habt ihr eigentlich gesehen? Der ist viel zu weit links, wo du da angeflogen kommst. Mach noch ein Stückchen. Oh, hast du echt schon reingequatscht. So, mein Gedanke habe ich geschrien. Stopp, 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 halt an. Das geht nicht. Achso, ich habe dir das Mittelalter gelassen. Ja, danke. Aber bin ich erst aus dem Homo gefahren. Ah, wir trifft er den. Alles klar. Oh, nein! Bitte sag mir, du kommst dran. Ja, auf jeden Fall lehnt ein Tor, aber ich habe fast keinen Boost mehr. Und du den entstörst? Nice. Oh, schön, du Block. Am meisten, kriegst du nochmal in die Mitte? Ah, scheiße! Der Versuch war auf jeden Fall da. Ja, schön. Oh mein Gott. Wunderschön hast du. Oh, der ist drinnen. Und da würde ich sagen, dass unser dritter Sieg, äh, also nicht dritter Sieg, sondern unsere dritte Runde der Sieg wird. So wie ich es wollte. Na, kriegen wir noch ein Tor rein? Nehmen wir noch ein Tor rein? Ach, schade. GD! Nice. Aber zum Schluss noch ein gutes Happy Ending. Happy End gehabt. Ja. Also, lasst mir was in den Kommentaren da. Lasst mir bitte einen Daumen nach oben da eure Meinung. Und dann schaut bitte beim nächsten Mal wieder rein. Ab da rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.